Nächste Level. Na, jetzt ein bisschen ruhig hier, hier. Auch wieder so ein ruhiges Level. Ah, diese Level kommen mir irgendwie in all der Erinnerung hoch. Ey, guck mal, wie lange ich, guck mal, wie lange das her ist, wo ich das mal ein letztes Mal gespielt hab, das Beispiel. Früher war das so eine Art Spiel, das war dann eine Legende eher schon wert, ne? Das ist so eine ganze Saga. Ah, da musst du ja jedes Geheimnis kennen und jeden Versteck. Ah, ah. So, ich geh mal erstmal hier lang. Guck mal, der, allein der Levelaufbau hat mir schon damals so gut gefallen. Ah, jetzt haben wir wieder hier Faustschlager. Berserker sind wir jetzt. Ich machte ja auch jedes Level. Ah, lass mich auch noch treffen. Aber hier liegt ja genug Zeug hier erst rum, ne? Und immer wieder kommt ein neuer Gegner in der Seite. Irgendwo versteckt er sich und immer schnarcht er irgendwo rum. Ne? So, sind wir aber wieder unsichtbar für andere. Konnt man da nicht hoch? Jawoll. Ja, natürlich. So, jetzt gehen wir hier weiter. Wir waren auch noch nicht. Könnt ihr mich eigentlich sehen? Der Spinner. Das ist hier Satan persönlich. So. Jetzt fahren wir mal wieder hoch hier. Boah, hier muss man schnell sein. So, ich will erstmal wissen, was da ist. Erstmal da. Oh, hier muss ich langsam rum. So, das ist auch so ein Secret. Ja, das wäre Sackgasse. Ja, das meine ich. Ich spiele schon seit 15 Minuten oder was das Level. Das ist ja schon ein paar Gegner. Das ist immer noch ein gutes Zeichen. Ich freue mich. So, tue uff. Jetzt wird es einmal so rotlich. Hier ist es gelbe. Das habe ich mir gedacht. Das geht rum. Hier geht es auch nicht weiter. Ich will erstmal gucken, was hier ist. Ach, du Scheiße. Was war die andere Tür? Gibt es hier? Hier gibt es Wege, ey. Wird mal so ein Secret. Jetzt komme ich wieder sonst hier raus. Jetzt müssen wir aber doch noch einen Moment warten. Warte mal, da kommt man an der anderen Seite raus. So. Verwirrt ist das Level schon. Jetzt will ich mal wissen, was hier ist. Was stimmt mir schon oder so rum? Das ist mir sowieso nicht. Das ist mir sowieso nicht so rum. Ich bin sowieso voll. So. Halt, da war doch was. So, was will ich jetzt hier rum. Nee, ne? Alter, bist du unbesichtbar oder was? So, hier war nichts mehr. Halt. Ah, Scheiße. Ach, du Scheiße. Jetzt reicht es mir. Das ist nämlich die Waffe. Ah, lieber doch nicht. Jetzt wollen wir erst mal hier rumgehen. Mann, hier sind so viele. Gehe ich nah? Alter, ich dachte das... So, wo geht es denn hier lang? Bin mir schon angeschlagen. Das hat ja viel gebraucht. So, 21% noch Leben. Ist ein bisschen wenig. Ach, Scheiße. Sowieso Geschichte. Da ist der Ausgang. Jetzt bin ich wieder herangekommen. Muss ich irgendwas ertätigen oder was? Jetzt mal nochmal. Was führt uns da hin? Tja, ich suche mir erst mal. Ach, du Scheiße. Irgendwas müssen wir noch aktivieren. Na los. So, da unten waren wir. Jetzt gehe ich mal. Was war denn eigentlich in den einen Raum? Sonst habe ich ja keine Pläne mehr. Kommt es wieder hoch? Konntest nichts aktivieren. Ja, das ist die Frage, wo können wir was aktivieren. Na ja, dann müssen wir jetzt erst mal hoch. Dann gucke ich erst mal nochmal hier. Dann gucke ich erst mal nochmal hier. Das ist ja viel gebracht. Gut, ähm... Müssen wir jetzt hier lang. So, komm mal her. Dann gehe ich mal ganz zurück. Vielleicht habe ich da was übersehen. Vielleicht kann ich mal dieses Ding holen. Ey, da war ich auch schon drinnen. Guck ich mal an der anderen Seite. So. Zack, da kam es hier hoch. Irgendwas. Mal sei da. War noch ein Zuhör. Walga. Irgendwas. Ahhüs. Ich. so geh hoch das ding ist noch zu kaputt schießen jetzt auf einmal geht das auf so da ist noch ein versteckter raum unten ist noch ein versteckter raum alles klar jetzt weiß ich wo ich bin da war ich da schon da müssen wir nochmal zurück da müssen wir ich habe keine Ahnung draufschießen kann man auch nichts muss nochmal jona da war die Tür nur motiviert ja was nun hm 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 ja Leute ich weiß nicht weiter mehr was ich hier machen musste so ist die eine Schaltplatte die geht da hoch jetzt gucke ich mal wo ich da irgendwo noch einen Knopf finde ist auch nichts ist auch nichts ist auch nichts so hier am hinteren ist auch nichts irgendwas habe ich vergessen so guck mal hier nochmal wo ist die Waffe gewesen wo ist die Waffe gewesen wo ist die Waffe gewesen ja aber das war doch nur der einzige Knopf hm ich bin überfragt nicht oder jetzt hier mal rum aber auch nichts Ja Leute, da bin ich echt überfragt Hier Halt Ich guck mal hier Auch nix Auch nix Ja, ist nur Lebenverschwendung So, dann müssen wir nochmal zurück Halt Das geht auch nicht auf So, hier ist auch kein Knob Außer da So, mal ein Stück Kaffee trinken Wir haben auch betätigt Frage überfragt Ist auch nix Ist auch leider nichts Hm Tja, dann lassen wir mal hier gucken Mal nach oben nochmal gucken Das ist auch nix Das ist auch nix Hm Als diesen Scheiß irgendeinen Knob zu finden Irgendwas aktivieren muss Ich guck mal hier Sicherheitshalber nach Aber auch nix Das ist ein Pillen So, geh mal hier Hier was übersehen Ist auch nix Ist auch nix So, ich geh mal hier Ist auch nix Ja, Freunde Was machen wir denn jetzt hier So, ähm Das Let's Play läuft hier jetzt Und ich komme weiter Oder wie Dann müssen wir mal nochmal hier runter Ich gucke mal unten alles ab Nochmal Äh Das ist der Knob von Dem Fahrstuhl So Ja, ich mach mal kurz Cut hier Lol Ich hab was gefunden Na toll Endlich hab ich den Knob gefunden Na toll So Ach, halt's im Maul So, jetzt bin ich mal gespannt Wie lange ich gebraucht hab 16 Minuten und 18 Das kannst du keiner erzählen Ey, bei dem einen Level So